Ja und willkommen zurück zu einem neuen Tierlisten Video. Dieses Video entsteht direkt nachdem ich die Längende Pokémon gemacht habe. Nur diesmal werde ich gleich in diesem Video zwei Tierlisten machen. Und zwar die Dragon Ball Waifu Tierlist und die Dragon Ball Fusions Tierlist. Und ja wir fangen mit der Fusions Tierlist erstmal an. Weil dieses bisschen irrelevanter als die Waifu List. Ich muss dir ja meine Linie treu bleiben. Und wir fangen ganz, machen wir immer von links nach rechts. Gugeta. Super, äh ja. Baseform Gugeta. Ja gut, ich mag Gugeta. Wir sind auf A. Veku. Bullshit. Go, denkst du, ihre Form? Bullshit. Gugeta Blue. Ja, gehen wir auch auf A. Gugule, wenn ich mal gerne. Ah, Bullshit. Adult, äh, Gotenks. Erwachsener Gotenks. Ja, gehen wir auf B. Normaler Gotenks. Ja. Gibt es auch in der Erwachsenen-Vision. Fetter Gotenks. Na, ich mag diese Standard-Anlagen-Variant nicht. Kevlar. Ich liebe Kevlar. Kevlar ist ein super geiler Charakter. Kibito schön. Ja, ich bin kein Fan von dir. Samaso. Fusion Samaso. Ich bin ehrlich, ich mag den als Bösewicht. Ich mag den, den ganzen Coco Black-Arg. Also, Samaso-Arg kann man auch meinen. Ja, was soll ich denn hier sagen? Gehen wir auf A. Super Saiyan 3 Gotenks. Brauche ich nichts sagen. Super Saiyan 4 Gugeta. Brauche ich auch nichts sagen. Den ganzen mal Super Gugeta. Teilt sich mit anderen beiden vorm Auch. Selben Blatt. Super Gotenks. Manchmal hat sich Super Gotenks als Mini-Vision von Gugeta an einfach. Super Saiyan Kevlar. Ja, die wir auch auf S. Oh. Vegetto Blue und Super Vegetto. Brauche ich nicht diskutieren. Du bist Bullshit. Baseform Vegetto. Ich bin Vegetto-Fan. Deswegen. Virus. Virus. Ich mag dich eigentlich echt, ne? Bisschen cooler. Bisschen cooler Fusion. Äh. Auch Gotenks? Oder war das ja cool? Ich schick's nicht. Warte mal. Wenn das Gotenks ist. Wer bist denn du? Bist du. Kohans? Was weiß ich dir eh bei sich gleich aus. So, dass wir da meine. Fusions Tierlist. Und jetzt gehen wir weiter zu der Hauptkategorie. Beifus. Ich bin ganz schade, dass meine Grüße nicht da ist. Na gut. Ozean und Sheldon. Marriage Tierlist. Brauche ich mir nicht dazu sagen. Helles. Äh. 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 Viele mögen die eigentlich nicht wirklich so. Ich finde ja nicht ganz okay. Aber wir auch nicht. Pawn. Äh. Bulma. Bist du der einzige Bulma hier? What the fuck? Na gut. Bulma. Weh. Die seine Tussi aus, äh. Den GT ist speziell mit Goku Junior. Ja. Mehr nicht. Da brauche ich nicht weiter diskutieren. Da brauche ich nicht weiter diskutieren. Brauche ich nicht mehr diskutieren. Brauche ich nicht mehr diskutieren. Brauche wir keine Widerreden. Okay? Gut. Bra. Ich mag Bra. Die sind echt ganz cool. Haben äh. Die Biscayos. Biscayos. Haben die Biscayos überhaupt ein Geschlecht? Offiziell? Ich weiß es gar nicht. Aber sonst. Ja. B. Celile. Die. Freundin von Broly. Ich mochte sie. Deswegen auf äh. Marriage. Tschüssi. Auch wenn du nervig bist. Du bist eigentlich ne. Ja. Eigentlich ne gute E-Frau. Auch wenn du nervig bist. Aber gut. Geh mir auf B. Och. Die sah aus. Wir sind elf glaube ich. Ja. Geh zu Paaren. Cole Leafler. Ich mag Cole Leafler. Das weiß ich nicht. Gibt die jeder. Dragon Ball Super Mai. Ja komm. Die fake Mutter von Goku. Ja komm. Geh mir auch auf B. Kale. Kale. Ja komm. Lunch. Die blonde Lunch. Puh. Ich würde euch einfach schon mal hier drauf gehen. Die normal Lunch genauso. Ich mag Lunch. Generell. Brauche ich nicht. Da brauche ich nicht diskutieren. Highly Quinn aus Drangbo Super. Ich sie gerne nenne. Ja gut. Geh mir hier hin. Maron. Die Ex-Frau. Filler Freundin. Ex-Frau sag ich schon. Die Ex-Freundin von Grillin. Im Filler-Hack. Ja die ist schon. Die ist schon cute. Aber auch dumm. Boah. Wo hast. Wo kannst du nochmal her. Oh. Kein Plan. Aber ich glaube auch. Dragon Ball Classic. Irgend so ein. Ich glaube das war so eine Höhle. Irgendwas mit Dämonen. So ein Scheiß. Ich habe keine Ahnung mehr. Tova. Ich mag Tova. Ribrian. Oder beziehungsweise Brian. In der normalen Form. Normale Form finde ich die cute. Deswegen auf B. Ich habe keine Ahnung wer du bist. Du bist so ein irrelevantes. So ein irrelevanter Charakter. Aber irgendwie voll die Fanbase heißt. Warum auch immer. Supreme Kai of Time. Oder wie ich die immer nenne. In ihrer erwachten Form. Supreme Kai of Boobs. Geht zu Paaren. Videl. Was kann ich zu Videl sagen. Der ist eigentlich ein cooler Charakter. Aber. Ich würde schon heiraten. Vados. Ich bin nicht so ein großer Fan von Vados. Ich singe auf C. Sangio. Wurden jeweils diskutieren. C-18. C-18. Oh. Das ist schwer jetzt. Das ist schwer. Ich meine. Sehr. Sehr. Sehr viele. Mögen C-18. Sehr viele. Boah. Wo teile ich die jetzt ein? Wo teile ich die jetzt ein? Alter. Boah. Hm. Gottes Ziel? Ne. Willst du dich heiraten? Hm. Hm. Auch nicht. Also B oder D. Also B, C oder D. Ah. Ich höre schon die Fackeln. Ich höre schon die Fackeln. Alles andere. Deswegen bleibe ich die schon auf. Ah. Ah. Ich gehe auf C. Aus einem Grund. Ich meine. Aussehende. Aussehende. Ihre Stärke. Hat nicht wirklich was. Klar. In Dragon Ball Super. Hat man wirklich ihre weibliche Seite schon gesehen. Ja. Aber. Die hat ihre ganze Zeit wirklich in Dragon Ball Z gehabt. In ihrem eigenen Arc. Und das war's. Da dachte ich war sie wirklich so Subcharacter. Mit Krillin zusammen. Und das war's. Ich kann mir jetzt manchmal sehr gut vorstellen. Dass sie in der Bußlage vielleicht eine gute Hilfe wäre. Weil die ja so stark ist. Weil die halt nie müde wird. Und hat unendliche. Key. Energie. Hat halt. My Cyborg. Und dennoch. Ah. Das war's auch wieder. Und das ist ein sehr guter. Und die hat so viel Farbmaterial. Die hat so viele Hände. Das ist nicht mehr normaler Alter. Deswegen ja. Das ist wo meine Tierlist. Und Wifus noch. Deswegen Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.